Vom Musiker-Gruppi zur Fußballer-Freundin. Seit einem halben Jahr ist sie die Freundin von uns, Ralf Schibuda. Und weil der ja bekanntlich für ein fast schon symbolisches Gehalt in Dortmund antritt, muss sie jetzt anscheinend die Haushaltskasse aufbessern und selbst auch mal arbeiten gehen. Deswegen ist sie heute hier und macht Werbung für ihre neue Sendung Echte Sünde. Herzlich willkommen, Lina Legrant. Nach der Anmoderation von Tom Kossly war mir klar, dass der Besuch in seiner Show nur dann kein Debakel für mich werden würde, wenn ich Fähigkeit zur Selbstironie beweisen würde, im Gegensatz zu ihm. Hallo Tom, danke für die Einladung, strahlte ich erstmal freundlich. Lina, fangen wir mal an mit dem offiziellen Teil, dann haben wir das schon mal hinter uns. Deine Sendung Echte Sünde hat am nächsten Montag Premiere. Lina, warum moderierst ausgerechnet du das? Was war da der ausschlaggebende Grund? Weil du die Freundin von Ralf Schibuda bist oder weil du dicke Titten hast? Ich lachte und drohte ihm neckisch mit dem Finger. Vergiss mal meine blonden Locken und meine liefliche Stimme nicht. Seine Miene verriet für einen kurzen Moment, dass das nicht die erhoffte Reaktion war. Aber sobald seine Kamera Rotlicht anzeigte, hatte er sich wieder im Griff. In der Sendung geht es um Sex, da kennst du dich ja sicher ganz gut aus. Ja klar kenne ich mich da aus. Du etwa nicht? Leises Gekicher von der Aufnahmeleiterin, was ich direkt nutzte. Uh, die Aufnahmeleiterin lacht schon. Habe ich da jetzt etwa den schwarzen Punkt getroffen? Macht ja nix. Dann kannst du ja bei mir in der Sendung Nachhilfe nehmen. Hehehehe.